Moin Leute, was geht? Willkommen zu einer kleinen News-Folge. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, ist das Exzellent 6-Advent, also das Osterevent, bis zum Montag, den 19. April, verlängert worden. Das heißt, ihr habt nochmal vier Tage mehr, um das Event auszunutzen. Ja, würde sagen, das war eigentlich eine super kurze News, aber ich wollte euch trotzdem mitteilen, dass ihr das mitbekommen habt. Wie gesagt, offiziell von ARK auf Twitter gepostet worden. Wenn ihr sonst Infos noch zum Osterevent braucht, auch hier findet ihr alle Infos in Videos bei uns auf dem Kanal. Ja, und da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis denne. Ciao. Bis denne.